... Vielen Dank. Vielen Dank. Die nun folgende Moritat von Jörg Gortzner handelt von menschlichen Eigenschaften, wie Ehrgeiz, Liebe, Scham und Schande, es Menschen geben. In Zähne gesetzt wird das Stück mit Bildern von Uwe Tresa, aber hören und sehen Sie selbst. Wir wollen heute die Geschichte erzählen, die damals ist bei uns geschehen. Die handelt von einem braven Mann, der auch noch eine Kut hat an. Vor Jahren lebt und tat wie gut der Pfarrer Karl Pistorius. Im Snack-Sing-Husu erfahrbar, das gute Welt, er immer da. Das ist wohl auch ein Mägdelein, die wohl sogar Frau Pfarrer sein. Das war für die eines Abends spart. Ein Kneblein war das Resultat. Die Schand erobt der Pfarrer nicht. Er brach mit einem Kirchenlicht. Das wurde vor der Kneeblein um. Es setzt dich laut, oh Publikum. Das war für die eines Abends spart. 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 Das war für die eine Abends spart. Und die Moral von der Geschichte Verführe keine Zahler nicht Denn einer von der Geistlichkeit Ist wahrlich eine Kleinigkeit Applaus Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017